Kern von Queen Adrena sind Katie Jane Garcite, Sängerin und Crispin Grey an der Klampfe. Zusammen mit ihrer Band Daisy Chainsaw landeten sie 1991 in England ihren Hit Love Your Money. Der Erfolg traf die Punkkapelle unvorbereitet. Daisy Chainsaw war dem Pop-Iss nicht gewachsen und Katie Jane flüchtete aufs Land. Von der englischen Presse als Kate Bush auf Crack gebrandmarkt, brauchte sie zehn Jahre für ihr Comeback als Queen Adrena. Ich saß in Wales, um einen Song zu schreiben und wartete verzweifelt auf Inspiration. Auf einmal erschien mir Princess Adrena. Sie war irgendwo ganz weit entfernt und bat mich, eine Geschichte zu schreiben. Ich habe sie zur Königin gekrönt und den Namen Queen Adrena zu meinem Pseudonym gemacht. Sie war mir früher schon mal in New York erschienen, in der Haut einer Domina namens Annie Sprinkle, eine faszinierende Frau. Das ist der Schlüssel zu einer Tür, die ich noch nicht gefunden habe. Und dieser Haifischzahn soll mich ständig daran erinnern, was ich bin, bissig und rebellisch. Auf der Bühne sind wir wie ein Gummi, das bis aufs Extremste gespannt ist. Das ist für mich die einzige Möglichkeit, die Wand zu durchbrechen, um einen anderen Raum zu betreten. Das ist der einzige Grund, weshalb ich da oben stehe. So einfach ist das. Manchmal komme ich durch. An den Abenden, an denen es nicht klappt, bin ich immer voller blauer Flecken. Aber manchmal... ...komme ich durch. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Danke! Vielen Dank.